Es sind stets die außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die Milo Managa in seinen Comics verewigt. Menschen, die einen starken Hang zur Erotik haben. Da konnte einer wie Wolfgang Amadeus Mozart natürlich nicht fehlen. Große Künstler wie Raphael oder eben Mozart haben sich dermaßen von der Erotik inspirieren lassen. Sie waren beinahe besessen vom Eros und schöpften dadurch unvorstellbare Energien. Das hat mich an diesen Menschen schon immer interessiert. Eigentlich studierte der 67-Jährige Architektur. Der Wunsch, von der Malerei leben zu können, ging erst in den 60er Jahren in Erfüllung, als er einen Auftrag erhielt, erotische Comichefte zu zeichnen. Vielfach wurden seine Werke auch als billige Pornografie verschmäht. Ich hatte den Auftrag bekommen, das Plakat für das Bergfilm-Festival in Trient zu entwerfen. Ich malte eine Nymphe, die ich von den Dolomiten-Sagen von Carl Felix Wolf herkannte. Diese Geschichten mochte ich schon als Kind. Diese Nymphe war nackt, aber man sah sie nur von hinten. Das war den Veranstaltern schon zu viel und sie entzogen mir den Auftrag. Manaras Figuren sind sehr plastisch. Auch wenn sie böse Charaktere verkörpern, werden sie stets schön und anmutig wiedergegeben. Alles, was eine Figur darstellen soll, entspricht ihrem Charakter. Die Schöne muss schön sein und dies plakativ vermitteln. Comicfiguren sind Archetypen. Sein Geburtsland Südtirol besucht Milo Manara immer wieder gerne. Dass auch Mozart auf seinen Italienreisen hier Halt gemacht hat, freut den Künstler besonders. Ein Grund mehr, das Debüt der Mozart-Ausstellung in Bozen auszutragen. Das Debüt der Mozart-Ausstellung in Bozen auszutragen.